Mitarbeitende des Gesundheitswesens sind vor allem dies enorm, hilfsbereit sowie stets auf das gesundheitliche Wohl ihrer Mitmenschen bedacht. Berufe in diesem Bereich gelten als zukunftssicher, kennzeichnen sich jedoch auch durch einen hohen körperlichen sowie psychischen Anspruch. Da nicht jede Bewerberin bzw. jeder Bewerber diesen Belastung standhalten kann, gilt es zuvor, einen Einstellungstest zu bestehen. In diesem Video erfährst du dazu alles Wissenswerte. Los geht's! Berufe im Gesundheitswesen sind durchaus erföhnt. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen einer direkten sowie einer indirekten Arbeit mit bzw. an Patienten. Diese Berufe haben beispielsweise einen direkten Patientenkontakt. Arzthelferinnen und Arzthelfer, Pflegerinnen und Pfleger, Krankenschwestern sowie Hebammen. Bei den Berufen Augenoptikerinnen und Augenoptiker, orthopädische Schuhmacherinnen und orthopädischer Schuhmacher, Sozialversicherungsfachangestellten sowie Labormitarbeitenden spricht man hingegen von einem indirekten Patientenkontakt. So oder so, all diese Berufe sind wichtig und für das Wohlergehen der Menschen unverzichtbar. Doch gerade weil die medizinischen Berufe auch so fordernd sind, sind gewisse Voraussetzungen vonnöten. Wenn auch du dich für eine Tätigkeit im Gesundheitsbereich interessierst, solltest du vor allem ein großes Einfühlungsvermögen besitzen und belastbar sein. Du solltest gerne mit Menschen arbeiten und diesen gesundheitsfordernden Dienst verrichten wollen. Für die Arbeit in einem Gesundheits- oder Pflegeberuf solltest du zusammenfassend also über Empathie und Verantwortungsbewusstsein verfügen, eine gute Konstitution besitzen, eine selbstständige Arbeitsweise nachweisen, eine hohe psychische und physische Belastbarkeit mitbringen, sowie idealerweise auch einen Realschulabschluss mit guten Noten in Deutsch, Mathematik und eventuell Ethik. Da sich eine Tätigkeit im Gesundheitswesen ununterbrochen an einer großen Beliebtheit erfreut, gilt es für Personaler der Krankenhäuser, Versicherung oder anderen medizinisch geprägten Einrichtungen die sogenannte Spreu vom Weizen trennen. Wie das geschieht? Mit einem Einstellungstest. Zwar wartet nicht bei jedem Berufszweig ein Einstellungstest auf Bewerberinnen oder Bewerber, jedoch empfiehlt es sich stets eine gewisse Vorbereitung vor dem Start der medizinischen Karriere. Exemplarisch schauen wir uns nun den Einstellungstest an, den angehende Pflegekräfte durchlaufen müssen, etwas genauer an. Künftige Gesundheits- und Krankenpflegerinnen bzw. Pfleger müssen sowohl körperlich als auch psychisch belastbar sein. Der Einstellungstest bei den Pflegeberufen verfolgt daher vor allem das Ziel, dem Ausbildungsbetrieb die passenden Azubis zu vermitteln. Die Anforderungen des Tests können dabei von Betrieb zu Betrieb variieren. Doch eins haben alle gemeinsam. Sie bestehen aus einem schriftlichen und einem mündlichen Prüfungsteil. Der schriftliche Testabschnitt besteht aus diesen Themenbereichen. Berufsbezogenes Fachwissen Deutsche Sprachkenntnisse und Grammatik Mathematisches Grundverständnis Allgemeinbildung Merkfähigkeit Und Konzentration Bei dem Thema berufsbezogenes Fachwissen geht es jedoch nicht darum, fundiertes Fachwissen aus dem medizinischen Bereich zu prüfen. Vielmehr wollen die Prüferinnen und Prüfer sehen, ob sich alle angehenden Azubis mit den Anforderungen des Berufs befasst haben und ob sie wissen, worum es in der jeweiligen Pflegeausbildung geht. Der mündliche Prüfungsteil besteht bei den meisten Betrieben aus einem gängigen Vorstellungsgespräch. Ziel dessen ist es, die Motivation aller Bewerberinnen und Bewerber herauszufinden. Mit der richtigen Vorbereitung sind jedoch alle Aufgaben des Einstellungstests für Gesundheitsberufe gut zu schaffen. Übung macht bekanntlich den Meister. Wie wäre es online und interaktiv? Für eine flexible Vorbereitung mit vielen Übungen inklusive Lösungen empfehlen wir dir unseren Gesundheit- und Pflege-Online-Test-Trainer. Dieser eignet sich neben der Vorbereitung auf den Einstellungstest für Pflegeberufe auch zur Vorbereitung auf den OTA, MFA oder Notfallsanitäter-Einstellungstest. Das war unser Überblick zum Einstellungstest im Gesundheitswesen. Gerne beantworten wir dir offene Fragen in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen hoch. Viel Erfolg bei der Vorbereitung und einen guten Start in deine medizinische Karriere wünscht dir dein Plakus-Team.